Verstehen Sie das, Herr Doktor? Ich werde auch schon dieses Sprachsyndroms immer gehänselt. Ich versuche schon alles, was ich kann, aber ich komme nicht weiter. Ich beeinflusse meine Lebensweise. Keiner nimmt mich ernst. Verstehen Sie mich? Ich kann mich selber schon nicht mehr ernst nehmen. Was soll ich zukünftig machen? Erzähl Sie mir bitte, wie ich zu Ihrem Status komme. Nun ja, mit dem Status, das ist eine ganz, ganz lange Geschichte. Erzählen. Aber Herr Teng, naja, ich stelle diese Stunde auch jetzt vorbei. Herr Teng, ich wünsche Ihnen mehr weiterzulieben. Alles Gute. Dann sage ich noch Toi Toi Toi. Eins, zwei, zwei. Der necesita seine Schirm. Ich hoffe, ich schau, etwas zu. Ich gebe Ihnen noch viel einensgerüst zu. Ich gehe jetzt zu Koffie-Kette. Was ich auf? Ich gehe mit Koffie-Kette? Koffie-Kette? Ich gehe mit Koffie-Kette. Koffie-Kette.